jo liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem zweiten abschnitt wir sind in wales und da geht es heute im zweiten event los der ersten wp4 stück insgesamt an der zahl wie immer wie gestern oder wie ganze woche so passt 4,7 2 kilometer also nach dem letzten rennen gestern okay drehen wir nicht weiter drüber los geht's so jetzt hier unser fahrzeug gebrochen definitiv ein zweites ein zweites reservat ach was geschenk 322 der auftakt abgesehen wie er von den letzten rennen war australien tatsächlich sehr sehr erfolgreich muss ich sagen kann soweit doppel doch besser zurecht als ich mir das ein bisschen erwartet hatte aber australien ist abgehakt jetzt ist wales dran und wir wollen natürlich wenig anknüpfen das ding hier am besten im medialfall gewinnen ich habe fast gewusst dass man runterrutschen in den nächsten baum höchere überraschung links 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 das war rechts links Dafür kriegen wir sieben Sekunden losgepumpt, okay. Und da war dann fucking eine Bodenwelle oder sonst irgendwas, die sich komplett ausgehebelt hat und mit rausgeholt hat. Rechts 3, rechts steil, in links 2, durchsenke, in rechts halten, durchsenke, links 4, über Kuppe, rechts steil, rechts 5, 80, Kuppe, sofort rechts 2, in links 1, rechts halten, über Kuppe, in links 2, nach. Achtung, Kuppe, sofort rechts 1, rechts 6, links 4, rechts 3, links 6, über Kuppe, Spitzwasser, links 6, über Nett, rechts 3, links 6, über Kuppe, 60, links 6, über Kuppe, Spitzwasser, links 6, über Nett, rechts 3, links 6, über Kuppe, 80, bis 10, 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 diese sieben sekündige zeitschrafe die hat es ein bisschen zeit gekostet aber mit 18 sekunden vorsprung kann man schon mal rein starten gut so kann man schon mal starten heute wir haben so gut der gut der morgigen tag wieder so ein bisschen zu stressig es wird viel zwei sechser ein achter und ein zehner ok ja genau so wie gestern aber 4,62 kilometer sagt jetzt gerade und jetzt kommt wieder im dunkel Können wir uns einen guten Ruf erarbeiten, können wir am angeseheneren Events teilnehmen. 5, 4, 3, 2, 1, los! In rechts, 3 überpuppern. Links 5, 6 überpuppern. Links 6, auf der Kehre links, innen halten, nicht schneiden, 60 überpuppern, 80. Überrennen, sofort auf der Kehre rechts, innen halten, rechts 6. Links 6, auf der Kehre links, innen halten, nicht schneiden, 60 überpuppern. Wieder ein bisschen. Ein bisschen hinsetzt wieder. In rechts halten, durchsenken. Links 4, überpuppern, rechts 5, 60 überrennen, sofort auf der Kehre rechts, innen halten, rechts 6, 80. Das war mir fast klar. Dann rausgeschaut mit dem Heck an den Baum und direkt in die nächste Ecke rein. Dann, ja, konzentrieren, bisschen konzentrieren. Rechts halten, überpuppern. In links, 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort rechts 1, rechts schneiden, links 6, überpuppern. Links 6, überpuppern, rechts 3. Links 6, überpuppern, durchturren und Achtung, rechts 4, nicht schneiden, sofort auf der Kehre links, 80. Rechts 4, durchsenken, mittig halten, überpuppern, runter, links 5, links 3, überpuppern, rechts 6, überpuppern, runter, rechts 6, überpuppern, runter. Da weiter her. Rechts 4, überpuppern, durchsenken, mittig halten, überpuppern, durchturren, rechts 6, 60, durchsenken, links 3, rechts 2, überwennen, rechts 5, nicht schneiden, links 4, nicht schneiden, 90 Grad, rechts 200. Rechts 4, links 1, Wennen, senken, rechts 5, überwennen, links 5, rechts 6, rechts 4, links 1, Wennen, senken, rechts 5, überwennen, links 5, rechts 6, rechts 2, wegschneiden, links 3, rechts 4, in offene Kehre links, lang, durchsenken. Rechts 6, links 1, überpuppern, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 6, durchsenken, links 4, überpuppern, rechts 6, durchsenken, links 4, überpuppern, rechts 6, durchsenken, runter, links 6, durchsenken, runter, links 6, bis Ziel. Okay, gut, Fahrt zum Marschall. Geschafft. Das ist sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Gut, das war Teil Nummer 2. Und weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Mit ein relativ kurzes Rennen, mit 4,5 Kilometer ungefähr. Das ist eine gute Information. die durchaus nicht unwichtig ist. Die nächste Rennen, mit 5, rechts 5, rechts 6, durchsenken, links 5, rechts 6, überpuppern, links 6, in offene Kehre rechts, lang, durchsenken, links 4, rechts 3, in links 2, links 5, rechts 6, überpuppern, links 6. Die dritte WP für heute, oder vorletzte. Die dritte WP für heute, oder vorletzte WP für heute, oder vorletzte WP für heute. Die dritte WP für heute, oder vorletzte WP für heute, oder vorletzte WP für heute. Ah, schöner Himmel. Das geht gerade aus, weil er auch nicht rechts... Jetzt wieder in den dunklen Wald. Durchsäcke, links vier über 100, rechts fünf, 80, rechts vier, links eins, Welle, Senke, rechts fünf, über Welle, links fünf, über Welle, links fünf, über Welle. Kann man mal so machen. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall durch. Mit einem guten Ergebnis. So. Heute das letzte Rennen. 6,5 Kilometer auf jeden Fall nochmal. Die jetzt anstehen. Ach, das ist gar nicht. Nur einer. Okay. Ein Achter, ein Zehner. Ja, come on. Wie auch immer. Das ist gar nicht. Und direkt rein in die Wertungsprüfung. Das Preisgeld sollte helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Dazu brauche ich erstmal eine große Garage. 4,4 Kilometer. Steht als nächstes an. Quatsch. 4,4. 4 Minuten 45. So war die Zwischenzeit. 6,5 Kilometer waren es insgesamt. 6,5 Kilometer waren es insgesamt. 5,5 Kilometer war es insgesamt. 6,5 Kilometer waren es insgesamt. 5,5 Kilometer. 5,5 Kilometer waren es nicht. 6,5 Kilometer haben es mal verdammt. 5 Kilometer waren esHAHAhouren. 6,5 Kilometer waren es insgesamt. 3, 4, in offene Kehle links, nach, durchsenke, nicht schneiden, in rechts, 6, links halten, überwunden, rechts, 5, runter, rechts, 4, links, 1, Bälle senken, nicht schneiden, rechts, 5, überwunden, links, 5, rechts, 6, links, 6, rechts, 5, links, 5, überwunden, Achtung, Koffer, rechts, 1, links, 4, 80, 3, 4, in offene Kehle, rechts, innen halten, rechts, 6, in links, 6, durchsenke, links, 4, überwunden, links, 6, durchsenke, 200, rechts, 4, links, 1, Bälle senken, nicht schneiden, rechts, 5, überwunden, links, 5, rechts, 6, links, 5, rechts, 4, überwunden, links halten, durchsenke, rechts, 2, durchsenke, links, 3, nicht schneiden, in links, 6, Koffer, 60, in rechts, 3, überwunden, links, 5, senken, runter, rechts, 4, links, 1, Bälle senken, rechts, 5, überwunden, links, 4, rechts, 6, links, 6, rechts, 5, links, 5, überwunden, Achtung, Koffer, rechts, 1, links, 4, links, 5, rechts, 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 überwunden, links, 6, in offene Kehle, rechts, lang, durchsenke, links, 4, rechts, 3, links, 2, rechts, 5, links, 4, in 90 Grad, links, links, 3, rechts, 5, rechts, 6, durchsenke, links, 5, rechts, rechts, 6, durchsenke, links, rechts, 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 6 6 links links 4 rechts 2 links 2 links wir haben jetzt gleich letzte wp für heute also den letzten teil dieser wp 6 6 6 6 6 6 6 6 8 links rechts ein bisschen zu eng gefahren abschnitt 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 Vielen Dank.